Ja, in diesem Video gibt es einen Testbericht zu ArtSmart AI, einer der besten KI-Bildgeneratoren, die am Markt verfügbar sind. Und was ArtSmart AI so alles kann, was die Funktionen sind und auch die Qualität der generierten Bilder, alles das sehen wir uns in diesem Testbericht an. Viel Spaß! Ich bin schon im Programm eingeloggt, so sieht das aus, wenn man bei ArtSmart AI eingeloggt ist. Und wir starten jetzt sofort direkt rein in diesen Testbericht. Vorab nur kurz die Info, falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann bitte gerne abonnieren. Hier gibt es immer wieder Tipps und Tricks rund um die Themen künstliche Intelligenz, aber auch Online-Business, Traffic-Aufbau, WordPress etc. Also ein Abo lohnt sich definitiv. Und ganz wichtig, schau unbedingt in die Videobeschreibung, denn es kann sein, dass es spezielle Rabatte oder vergünstigte Angebote zu ArtSmart gibt. Und wenn es die gibt, dann findest du die in der Videobeschreibung. Und der letzte Hinweis zu ArtSmart AI habe ich auch bereits einen Testbericht auf meiner Webseite, auf www.probe-lightinger.com veröffentlicht. Den verlinke ich dir ebenfalls unter dem Video. Denn wenn ich das Video einmal gedreht habe, kann ich es ja nicht mehr updaten, aber meinen Testbericht kann ich aktuell halten. Das heißt, wenn das Video schon ein bisschen älter ist und du schaust es zum ersten Mal, schau auch gerne auf den Link zum Testbericht. Dort findest du dann auch aktuelle Informationen. So, aber jetzt steigen wir direkt ein zum Testbericht von ArtSmart AI. Also wie gesagt, ich möchte auch gar nicht lange herumreden. Was ist ArtSmart AI? ArtSmart AI ist eben ein KI-Bildgenerator. Ähnlich wie man es kennt eben von MidJourney. Ähnlich wie man es kennt von DALL-E, von OpenAI und von verschiedenen anderen Tools, die es da draußen eben gibt. Und weil diese eine Frage oft aufkommt, möchte ich sie gleich am Anfang ansprechen. Ich werde oft gefragt, was ist mit den Bildern auch rechtlich und so weiter. Also ich möchte mal erstens mal nur kurz einen Haftungsausschuss, ich bin natürlich kein Anwalt, aber ja, die Bilder, die du generierst, da hast du auch laut der Aussage von ArtSmart AI, hast du alle Rechte, alle Lizenzrechte liegen bei dir. Du kannst mit diesen Bildern sozusagen machen, was du möchtest. Du kannst die für deine Webseite nutzen, kannst die für deinen Blog nutzen, Bilder für deinen Blog generieren. Du kannst natürlich diese Bilder aber auch nutzen, um gewisse Einkommensströme aufzubauen. Zum Beispiel deine Bilder auf Adobe Stock verkaufen. Habe ich auch schon ein Selbstexperiment gemacht. Wenn dich das interessiert, schreib einen Kommentar und lass ein Like da bei diesem Video. Dann werde ich dazu ein Video machen. Oder natürlich auch für Print-on-Demand-Produkte und so weiter. Und ein großer Unterschied, wenn du zum Beispiel, weil, wie gesagt, Midjourney ist natürlich das bekannteste Tool in dieser Thematik, möchte ich mal sagen. Aber bei Midjourney hast du halt das Problem, dass die Bilder, die du generierst, sind öffentlich. Jeder kann die downloaden, jeder kann die sehen, jeder kann die mehr oder weniger eigentlich nutzen. Außer du zahlst relativ viel Geld monatlich für diese Stealth-Funktion in Midjourney. Dann sind die Bilder tatsächlich privat und nur du siehst die. Alles das hast du in ArtSmart nicht. ArtSmart ist viel günstiger, aber aus Pricing gehen wir dann gegen Ende des Videos ein. Viel, viel günstiger als Midjourney. Und natürlich kann niemand außer dir selbst diese Bilder sehen. Außer wenn du sie wirklich explizit mit der Community teilen möchtest. Das mache ich aber zum Beispiel nicht bei meinen generierten Bildern. Also einfach mal, um diese Frage schon mal abzuschließen. Kurz, was kann ArtSmart? Also wenn man hier eingeloggt ist, wenn man hier am Startbildschirm ist, dann sieht man eben hier verschiedene Funktionalitäten. Ja, zum Beispiel Playground ist mal das Wichtigste. Da werden wir auch gleich reinschauen. Das ist einfach die Oberfläche, wo du deine KI-Bilder nach Eingabe eines Text-Prompts sozusagen erstellen kannst. Upscale, es ist eben ein Upscaler integriert, mit dem du Bilder hochskalieren kannst. Und dann eben auch KI-Bildbearbeitungsfunktionen, zum Beispiel wie In-Painting und Out-Painting. Das bedeutet, du kannst einen Bereich in einem Bild markieren mit einem Pinsel, mit einem virtuellen Pinsel, so wie man es aus Photoshop und anderen Bildbearbeitungsprogrammen kennt. Und dann kannst du eine Prompt, also eine Eingabe machen und sagen, was du da verändern möchtest. Also du kannst KI-Bildbearbeitung auch durchführen. Und Out-Painting funktioniert relativ ähnlich, nur nicht im Bild, sondern du kannst damit das Bild sozusagen erweitern. Du hast einen Bereich des Bildes, machst dann die Arbeitsfläche größer und kannst dann auch sagen, was auf dieser vergrößerten Arbeitsfläche der Bilderweiterung passieren soll. Somit könntest du aus einem viergegen- oder quadratischen Bild sozusagen ein Panorama erstellen, durch die KI oder erstellen lassen, in dem diese Bildbereiche erweitert werden. Dann auch ein Background-Remover und dann Hyper-Realistic-Mode, Realistic-Mode. Und noch andere Funktionen, die sehr innovativ sind, die werden wir nicht alle im Detail hier in diesem Video bearbeiten oder durchgehen werden. Zum Beispiel Pose Perfect ist, du kannst ein Bild hochladen, so ein bisschen wie diese Image-to-Image-Generierung und kannst dann einen Prompt eingeben für ein neues Bild und dass jetzt diese Person sozusagen, wenn du eine Person generierst, dass die am neuen Bild die gleiche Pose einnimmt wie das hochgeladene Bild. Also du kannst sozusagen, um es vereinfacht zu sagen, so auch wie auch diese Copycat-Funktion, um es vereinfacht zu sagen, du kannst auch bestehende Bilder nutzen oder hochladen und die als sozusagen gewisse Vorlagen verwenden für das neu generierte Bild. Also alles das ist drin. Was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ist dieses AI-Avatare. Das heißt, du kannst auch einen Avatar zum Beispiel von dir erstellen, aber das ist eine zusätzlich aufpreispflichtige Funktion, dass du Bilder von dir hochlädst und dann einen KI-Avatar oder AI-Avatar sozusagen erstellst und dann immer wieder neue KI-Bilder von dieser einen Person generieren lassen kannst. Wie gesagt, sehr viele Funktionen, nicht alles werden wir im Detail durchgehen, aber wir gehen jetzt mal in den Playground rein, weil das ist natürlich so diese zentrale Funktion und da zeige ich dir einfach mal, wie diese Oberfläche aussieht und was auch so genial ist an ArtSmart mit diesen Vorgaben hier. Da gehen wir jetzt gleich darauf ein. Wie gesagt, wenn du jetzt ein neues Bild generieren möchtest, dann sieht das jetzt erstmals so aus, relativ unspektakulär. Du hast hier auf der linken Seite Möglichkeiten, deine Eingaben zu machen und weitere Optionen festzulegen. Da gehe ich gleich darauf ein. In der Mitte hast du dann sozusagen die Canvas-Arbeitsfläche, würde ich sagen. Da entsteht dann das Bild. Wir testen es gleich live. Und auf der rechten Seite hast du noch zusätzliche Styles und Presets und du kannst ja auch deine eigenen Vorlagen sozusagen generieren und abspeichern. Dann kannst du sie hier mit einem Klick wieder aufrufen. Wenn ich jetzt ein Bild generieren möchte und ich sage jetzt einfach mal, weil ich weiß, dass ich mehr männliche Zuschauer auf meinem Kanal habe, sage ich jetzt einfach mal Beautiful Woman in Bikini, Das sind jetzt mal die Eingaben, die ich mache. Das ist jetzt kein wirklich hervorragender Prompt, aber einfach mal nur, um das Tool zu testen. Und wir haben aber noch viel mehr Einstellungen, mehr als du hier auch siehst. Denn wenn ich hier jetzt klicke auf Show Advanced Options, dann kommen noch weitere Optionen. Ich gehe da mal schnell drüber über diese Optionen. Aber eine sehr wichtige Option ist natürlich hier, ich mache das ein bisschen größer, auf der linken Seite Width and Height. Eingestellt ist jetzt mal nur 512x512 Pixel. Ich könnte das maximal auf 1024 Pixel ziehen, in der Breite, aber auch in der Höhe. Also das Größte, was ich machen könnte, wäre ein quadratisches Bild mit 1024x1024 Pixel. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel rechteckig in einem rechteckigen Format haben möchte, dann wären das jetzt zum Beispiel 1024x768 Pixel. Oder, so wie ich es jetzt für dieses Bild, was wir jetzt gleich machen, haben möchte, werden wir es im Hochformat machen. Also 768 Pixel in der Breite und in der Höhe 1024 Pixel. Wenn du jetzt sagst, naja gut, das ist zwar jetzt nicht eine ganz kleine Auflösung, aber so hoch auch nicht. Wie gesagt, es ist auch ein AI Upscaler integriert, der eine richtig, richtig gute Qualität liefert. Auch das, darauf werden wir eingehen. Dann hast du noch weitere Einstellungen. Viele davon sind relativ oder professionell, mit denen kannst du experimentieren. Guidance Scale ist noch einfacher verständlich. Das kann man zwischen 1 und 20 variieren. Das bedeutet, ja, umso höher ich diesen Wert drehe, umso genauer versucht die KI genau das umzusetzen, was ich eingegeben habe. Also wirklich alle Details, wenn ich da jetzt einen längeren Prompt eingebe, mit ganz vielen Details. Was aber dazu führen könnte, dass die Output-Qualität nicht ganz so genial ist. Wenn ich es weiter runter setze, dann lässt man der KI mehr Spielraum sozusagen. Das heißt, es wird vielleicht nicht alles im Detail so umgesetzt, wie du es eingegeben hast. Dafür ist aber die Qualität des Outputs eventuell besser. Ich lasse das oft gerne auf 7, damit wir eben der KI noch eine gewisse Kreativität geben, also rund um den Wert 7. Und dann Interference Steps, da ist es auch theoretisch so, umso höher, umso besser. Aber ich erkenne da oft nicht so die Risikunterschiede. Ich lasse das meistens auf 20 oder 25. Und dann Remove from Image, das sind diese sogenannten Negative Prompts. Also das, was ich hier oben eingegeben habe, wird als Prompt, als Eingabe bezeichnet. Und dann kann man hier noch ein Negative Prompt, also alles, was wir nicht sehen wollen, zum Beispiel Nude oder Naked und so weiter. Und dass es ein Cartoon-Bild ist, möchten wir nicht. Wir möchten es realistisch. Also da kannst du Begriffe ausschließen. Das kannst du manuell hier eingeben, was du ausschließen möchtest. Ja, und dann noch Seed. Das ist auch etwas komplexer. Das möchte ich jetzt hier an dieser Stelle einfach überspringen. Ich weiß zwar schon, was das ist. Wenn du jetzt die gleiche Seed nutzt, dann kannst du mehr oder weniger das gleiche Bild nochmal generieren oder nur eben kleine Unterschiede machen. Aber ansonsten bleibt das Bild größtenteils gleich. Dafür ist dieser Seed-Wert da. Aber das wäre jetzt zu komplex. Ich möchte, wie gesagt, hier einen Eindruck liefern zu den Funktionen und einen Eindruck liefern zur Qualität. Und Qualität ist ein gutes Stichwort. Wir werden jetzt das Bild generieren. Aber die coolste Funktion habe ich noch gar nicht angesprochen. Und zwar hier kannst du umschalten. Standard Mode, der bringt meistens keine so guten Outputs. Das ist einfach nur Stable Diffusion ohne feingetunten Model oder Modell dahinter. Aber richtig genial ist Semirealistik, Hyperrealistik, Realistik und Photorealistik. Und genau diese, also den Standard Mode, den spare ich mir. Aber diese vier Modes, wir werden das Bild jetzt viermal hintereinander generieren. Einmal Semirealistik, Realistik, Hyperrealistik und Photorealistik. Und wie gesagt, hier auf der rechten Seite, das werde ich jetzt nicht alles nutzen. Ich möchte es nur einmal kurz zeigen. Hier gibt es eben verschiedene Presets, die man nutzen könnte. Fotografie, Close-Up und so weiter. Aber die nutze ich weniger. Also ich gehe wirklich mehr über diesen Prompt, den ich eingebe. Und hier über diesen Mode. Das sind die zwei Hauptdinge und dann natürlich noch die Einstellungen hier auf der linken Seite. Dann hier My Images, da sieht man dann so ein bisschen die Bilder, die man generiert hat. Also die werden alle gespeichert. Du kannst die auch später dann noch abrufen. Camera Setup, da könntest du noch sagen, ja es soll so ein Stil von dieser Kamera haben und so weiter. Also richtig viele Einstellungsmöglichkeiten, Painting Styles, Time and Weather. Also für Landschaftsbilder, die man erstellen möchte. Also da gibt es so viele Einstellungsmöglichkeiten. Und das Video würde fünf Stunden und länger werden, wenn ich alles im Detail zeigen würde. Deswegen klappe ich das jetzt ganz frech mal ein und wir konzentrieren uns auf unser Bild. Und ich klicke da schon mal auf Generate Image. Und ich werde jetzt gar nicht das Video hier schneiden, dass man sieht, wie lange das dauert. Ich möchte dazu auch noch sagen, umso höher du diese Num Interference Steps setzt, umso länger dauert das auch. Wenn ich die jetzt auf 25 habe, geht es jetzt relativ schnell. Falls du jetzt von diesem Output hier nicht begeistert bist, weil du sagst, das sieht ja nicht realistisch aus, dann kann ich dir nur zurückgeben, ja, das sieht nicht realistisch aus, denn wir sind im Semi-Realistic Mode. Und ich finde diesen Modus schon ziemlich genial, weil er so relativ coole, wie soll ich sagen, Digital Art Bilder erzeugen kann. Hier auf diesem Bild fällt mir zwar auf, dass wie so oft die Hand hier nicht perfekt ist, also die Finger sind komisch. Der Rest von diesem Bild sieht aber relativ cool aus. Ich verschwende jetzt aber keine Zeit und gehe über auf diesen Realistic Mode, wobei dieser Realistic Mode jetzt auch nicht die Option ist, um in der Regel meistens um super realistische Bilder zu erzeugen. Natürlich könnte ich auch meinen Prompt noch verfeinern. Okay, das sieht jetzt bei diesem Bild gar nicht gut aus, also das war jetzt zum Beispiel ein Fail. Ich gebe ihm noch eine zweite Chance, wie gesagt, jedes Bild ist dann individuell und solange du eine Random Seed ausgewählt hast, wird auch immer ein neues Bild erzeugt. Ich gebe ihm noch eine zweite Chance, aber dann kommen wir zu einem extrem guten Modus, zum Hyper-Realistic Mode. Okay, das sieht schon besser aus, aber wie gesagt, realistisch sieht das nicht aus. Dieser Modus ist auch mehr so ein Semi-Realistic Modus, er wird halt Realistic genannt. Aber jetzt schauen wir uns an Hyper-Realistic und da kommen meistens unglaublich gute Bilder raus. Natürlich nicht bei jedem Bild, wie du es jetzt auch gesehen hast. Wir haben das Bild nochmal generiert, die zweite Generierung war deutlich besser. Aber jetzt schauen wir mal, wie da die erste ist und ja, das sieht schon mal, also ich finde, das sieht richtig, richtig gut aus. Und vor allem, es wurde alles, was ich in meinen Prompt eingegeben habe, eigentlich auch durchgeführt. Beautiful Blonde Woman in Black Bikini. Ja gut, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber ich finde diese Dame ist definitiv aus meiner Betrachtungsweise ist die Beautiful. Dann habe ich gesagt Black Bikini und ja, ein schwarzer Bikini. Dann habe ich gesagt einen Sonnenhut, also oder einfach nur einen Hut, Wearing Ahead. Und sie hat hier einen Hut auf und natürlich Bokey Background, Blurry Background, dass es so aussieht, wie wenn es mit einer 1.8er, 1.4er Linse, einer Vollformat DSLR aufgenommen wurde oder Vollformatsystemkamera aufgenommen wurde und alles das wurde erfüllt. Weil es so cool aussieht, generieren wir im gleichen Modus, im Hyper-Realistic Mode, was mein Lieblingsmodus ist, noch einmal ein Bild. Schauen wir mal, ob das zweite Bild auch so gut aussieht. Und wie gesagt, das kannst du dann auch noch hochskalieren, um die dreifache Größe. Gut, das zweite Ergebnis hat jetzt schon ein paar Fehler drin oder zumindestens hier beim Hut einen größeren Fehler. Hier beim Bauch weiß ich auch nicht, aber gut, das soll jetzt mit Sonne und Schatten. Ich glaube, naja, das wird schon passen. Also da war das erste Ergebnis besser und wie gesagt, alle Bilder bleiben gespeichert. Du kannst die ja wieder abrufen. Also ich kann ja mein letztes Ergebnis wieder abrufen. Jetzt gehen wir zum Photo-Realistic Mode. Der ist ganz neu, den probiere ich jetzt im Video zum ersten Mal aus. Also ich nutze dieses Tool seit ein paar Monaten, aber ich glaube vor drei Tagen habe ich das Tool das letzte Mal genutzt und da gab es den noch nicht. Also der ist wirklich brandneu. Bin jetzt selber genauso gespannt wie jeder, der dieses Video jetzt gerade sieht, was da rauskommt. Ob der besser ist als Hyper-Realistic oder Powered by Realistic Vision. Ich kenne das tatsächlich schon, aber aus einem anderen KI-Bildgenerator dürfte relativ gutes Ergebnis geben. Realistic Vision ist ziemlich gut. Ja, wie ich gesagt habe, relativ gut. Da finde ich aber diesen Hyper-Realistic Mode besser. Ich generiere jetzt aber bei Photo-Realistic trotzdem noch einmal ein Bild. Ja, die Finger wieder. Die Finger versauen es wieder. Da gibt es irgendein Problem bei den Fingern. Also ich mache das mal ein bisschen größer. Aber ich möchte es jetzt mal mit der Bildgenerierung hier belassen. Ich möchte jetzt darauf eingehen. In-Painting, Out-Painting und so weiter. Also du siehst, vielleicht ist es dir schon aufgefallen, hier oben sind weitere Optionen. Das heißt, ich könnte jetzt dieses Bild weiter bearbeiten. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel auf In-Painting gehe, könnte ich natürlich diese Finger markieren und könnte dann da was eingeben, zum Beispiel Correct Fingers und so weiter. Und dann würde die KI versuchen, zum Beispiel diesen Fehler zu beseitigen. Ob es dann wirklich gut ist, das siehst du dann am Ergebnis. Aber ich möchte jetzt, ich kann hier nicht jede Funktion im Detail durchgehen. Wie gesagt, sonst würde das Video fünf Stunden dauern. Flip könntest du natürlich einfach auch das Bild in verschiedenen Dingen drehen und so weiter. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Upscale, das war die Funktion, die ich schon ein paar Mal angesprochen habe. Da könntest du es bis auf die dreifache Größe upscalen. Und auch Enhanced Details. Also du könntest da eben die Details verbessern. Manchmal kommt es vor, dass zum Beispiel ein Gesicht, also ein Bild vielleicht gut generiert ist, aber das Gesicht nicht richtig gut aussieht, dass es Fehler im Gesicht gibt. Vielleicht ein Auge ist falsch oder so. Sehe ich hier jetzt bei diesem Bild nicht. Das sieht eigentlich relativ gut aus. Aber wenn das der Fall ist, dann kannst du hier zum Beispiel den Face Enhanced nutzen und dann klickst du hier auf Apply und dann wird das Gesicht repariert. Ich möchte an der Stelle aber gleich, wir gehen zwar auf das Pricing gegen Ende des Videos ein, aber ich möchte nur an der Stelle schon hervorheben, so wie andere KI-Bildgeneratoren auch, basiert ArtSmart AI natürlich auf Credits. Das heißt, je nach Plan, den du hast, je nach Plan, den du wählst, bekommst du monatliche Credits. Und die Generierung von einem Bild kostet halt, so wie es hier auch steht, also ich mache das hier mal zu, mit diesen Einstellungen, die wir jetzt haben, kostet zum Beispiel die Generierung von einem Bild einen Credit. Wenn ich jetzt natürlich diese Steps hier hochsetze, dann wird das gleich teurer. Jetzt kostet es zwei Credits und so weiter. Und wenn ich natürlich auch die Größe, glaube ich, nochmal hochsetze, kostet es vier Credits. Und warum ich jetzt da auf diese Credits so einen starken Themenwechsel gemacht habe, das war eigentlich kein Themenwechsel, sondern alles, was du hier oben machst, zum Beispiel so wie Upscale, das kostet zum Beispiel auch Credits. Zum Beispiel dreifache Upscalung kostet auch zwei Credits. Eine zweifache Upscalung kostet einen Credit. Face Repair kostet einen Credit. Inpainting, jedes Mal, wenn du eine Korrektur machst mit Inpainting, kostet einen Credit. Und das gleiche dann auch mit Outpainting. Also nur damit du verstehst, wie das eben abläuft mit diesen Credits. Genau. Also das sind so Funktionen, die man dann eben hat bei den Bildern. Und wie gesagt, diese Bildbearbeitungsfunktionen, weil du hast hier die Option Load Image from Computer. Das heißt, ich kann mir ein Bild von mir zum Beispiel hochladen, kann dann meine Haare markieren und kann sagen, mit dieser Inpainting-Funktion kann ich da KI-Bildbearbeitung dann auch an normalen Fotos machen. Ich kann dann sagen, okay, generiere mir einen Hut, setze mir einen Hut auf. Also man muss diese Eingaben auf Englisch machen und dann macht er das. Genau. Also das sind so diese Funktionen mal im Überblick. Wie gesagt, das Outpainting, da gehe ich jetzt nicht genauer darauf ein. Ich zeige es nur mal schnell, wenn man auf Outpainting klickt. Hier kann man es sich anzeigen lassen, wenn ich hier ein Bild habe, das muss jetzt kein KI-generiertes Bild sein. Das kann auch ein Bild sein, was ich hochlade. Dann kann ich zum Beispiel die Arbeitsfläche vergrößern und dann hier mit einer Prompt-Eingabe, mit einem Prompt steuern, was die KI hier dazu generieren soll. Also so funktioniert das. Man gibt das dann ein und dann generiert die KI da eben ein neues Bild. Auch noch mit weiteren Funktionen und so weiter. Man kann das Bild dann herunterladen. Also hier dieses Bild der Katze, was wir da gesehen haben, das ist jetzt hier wahrscheinlich im Video nicht so gut erkennbar. Aber da war einem die Katze, dann wurde das von der KI erweiter. Das sieht sehr realistisch, sehr gut aus. Und dann kann man sich das eben herunterladen. Also das sind diese Möglichkeiten, was man mit Outpainting hat, sodass ich mal so die wichtigsten Funktionen gezeigt habe. Ich gehe jetzt aber nochmal zurück zu den Apps. Also das wäre der Bildschirm für Outpainting. Ich gehe jetzt aber auf die Apps zurück. Wie gesagt, Inpainting haben wir schon angesprochen. Outpainting, Upscale haben wir angesprochen. Ein Hyper-Realistic-Mode, das mein Lieblingsmodus ist. Wie gesagt, diese zwei Funktionen, das ist auch nochmal wie so eine Image-to-Image-Generierung. Da gehe ich jetzt nicht mehr im Detail drauf ein. Remove Background ist jetzt eben noch eine Beta-Funktion. Ja und für Entwickler gibt es noch eine API-Anbindung. Falls du nicht weißt, was API bedeutet, dann vergiss es einfach. Dann wirst du es nicht benötigen. Ich benötige es übrigens auch nicht. Und wie gesagt, in der History kannst du dir alle Bilder, die du generiert hast, nochmals aufrufen. Also innerhalb von diesem Video finde ich ja dieses Bild wirklich am genialsten. Ich könnte dieses Bild jetzt nochmal weiter bearbeiten. Ich könnte dieses Bild jetzt zum Beispiel Use as Inspiration. Diese eine Funktion möchte ich trotzdem noch zeigen. Wenn ich Use as Inspiration klicke, dann öffnet sich der Playground und dieses Bild wird sozusagen reingeladen, aber nicht auf die Arbeitsfläche, sondern hier auf der linken Seite ist das Bild jetzt. Das heißt, ich kann jetzt hier meinen Prompt eingeben und habe hier dieses Bild als Vorlage und dann bedient er sich schon dieser Vorlage und versucht dann quasi ein ähnliches Bild zu erstellen. Zumindest wenn ich jetzt eingebe zum Beispiel Wonderful oder wenn ich jetzt sage zum Beispiel Beautiful Man on the Beach, zum Beispiel, falls jetzt da Damen mal zusehen, das können wir jetzt mal ausprobieren, Beautiful Man on the Beach. Und ich habe hier dieses Bild als Vorlage, dann wird er diesen Mann wahrscheinlich so ähnlich platzieren wie hier auf diesem Bild. Also das gebe ich jetzt mal ein. Ich gebe mal einen ganz kurzen Prompt ein. Beautiful Man on the Beach, mehr gebe ich nicht ein. Ich klicke auf Generate Image. Ja und das ist jetzt mal das erste Ergebnis, das wir bekommen haben, aber du wirst jetzt sagen, ja das ist ja idiotisch, warum hat der Mann oben ein Bikini? Das ist nicht der Fehler des Programms oder weil das das Programm so schlecht gemacht hat. Ganz im Gegenteil, das Programm hat eigentlich gut gearbeitet, denn das Programm hat sich eben an unserer Vorlage orientiert. Und diese Dame hat eben einen schwarzen Bikini und dieser Mann hat nur deswegen jetzt so eine Art, ja wie ein Sport-BH sieht das aus oder keine Ahnung, hat das nur deswegen, weil wir ihm diese Vorlage gegeben haben. Wenn ich jetzt diese Vorlage weg mache und wir generieren das nochmal, dann bin ich mir 1000% sicher, dass er jetzt wahrscheinlich keine Bikini mehr hat. Ich weiß auch gar nicht, ob er dann oberkörperfrei ist, weil wir haben ja nur geschrieben Beautiful Man on the Beach. Wir haben es nicht wie bei der Dame beschrieben in Bikini und so weiter. Also es könnte ja sein, dass der einen Anzug an hat oder so. Ja, dann sieht das jetzt mal so aus, sieht glaube ich ganz gut aus, bis auf die Finger hier wieder und so weiter. Wir gehen jetzt nochmal diesen Photorealistic Mode, machen hier jetzt nochmal ein Bild. Gut, der hat da jetzt zwei Männer gemacht, kommt auch manchmal vor oder sogar relativ häufig vor, dass er dann ja zwei Personen erstellt und so weiter. Aber wie gesagt, du kannst hier ja nicht nur Personen machen, du kannst hier auch Landschaftsbilder machen und so weiter. Und dieser Prompt war halt jetzt auch nichts Besonderes. Also wir haben wirklich nur Beautiful Man on the Beach eingegeben, dafür ist das Ergebnis dann eigentlich schon ziemlich gut. Wie gesagt, umso besser der Prompt, umso besser der Output. Man hat das vielleicht auch gesehen, diese Dame, die wir vorher hatten in einem schwarzen Bikini, das hat schon ziemlich gut ausgesehen, dieses Bild. Aber da haben wir auch eingegeben Boki, Blurry Background, Black Bikini, Wearing a Head. Also wir haben da viel genauer beschrieben und selbst das war noch kein guter Prompt. Also man könnte noch viel mehr ins Detail gehen, einen besseren Prompt entwickeln, um einen besseren Output zu erhalten. Also das war jetzt mal nur so kurz die Vorstellung von dem Programm. Und zum Abschluss möchte ich jetzt noch aufs Pricing eingehen. Aber an der Stelle der Hinweis, schau in die Videobeschreibung. Es könnte sein, dass es einen speziellen Deal gibt und dann verlinke ich den in der Videobeschreibung. Beziehungsweise schau auf den Testbericht zu Arzmod, den ich gemacht habe. Denn wenn es Deals gibt, auch in diesem Testbericht, dann werden die immer groß dort angekündigt. Also falls es gerade einen Deal gibt mit speziellen Rabatten, irgendwas Spezielles, dann findest du das in der Videobeschreibung, beziehungsweise noch wahrscheinlicher auf meinem Testbericht. Also unbedingt in die Videobeschreibung schauen. Ansonsten, wie ich schon gesagt habe, ArtSmart AI ist nicht nur extrem gut, sondern auch extrem günstig. Für 1000 Credits pro Monat, also 1000 Credits pro Monat bekommst du für 8 Dollar pro Monat. Das sind umgerechnet in Euro, sind das wahrscheinlich 7 Euro im Schnitt. Für 7 Euro bekommst du 1000 Credits. Jetzt theoretisch könnte man damit 1000 Bilder erstellen, aber ich habe dir das ja gezeigt. Wenn du die Einstellung hochdrehst und auch die Bildgröße hochdrehst, dann wird es mehr als ein Credit. Wenn du dann auch die Qualität hochdrehst, die wir jetzt da im Video ja noch nicht mal hochgedreht haben und trotzdem schon so guten Output bekommen haben, dann wird es auch wieder mehr. Das heißt, ein Bild könnte durchaus mal 3 oder 4 oder auch 5 Credits, je nach deinen Einstellungen ja kosten oder benötigen sozusagen. Und wenn du das dann noch upscalest oder weitere Dinge vornimmst, dann kommt da noch was dazu. Aber selbst wenn du jetzt für ein Bild im Durchschnitt 10 Credits sozusagen benutzt, dann kannst du immerhin ja 100 Bilder pro Monat generieren pro Monat für diese 7 Dollar. Und mit 10 Credits pro einzelnen Bild bin ich jetzt schon ziemlich hochgegangen in dieser Kalkulation. Im Schnitt wirst du wahrscheinlich bei 3 bis 4 bis maximal 5 Credits liegen, das für 7 Euro, also 8 Dollar im Monat. Das ist schon ziemlich gut. Und ansonsten geht es natürlich, die höheren Preise sind dann einfach nur mit mehr Credits und auch die API-Anbindung ist nur bei einem höheren Paket dabei, aber das brauchen die meisten nicht. Genau, also der Hauptunterschied sind die Credits. Das heißt eben für 12,25 Dollar, sprich für wahrscheinlich 11 Euro, bekommst du dann schon 2.500 Credits. Ja, und ich glaube, das ist aber bei der jährlichen Zahlungsweise, wenn du auf Pay Monthly gehst, ist es minimal teurer. Also du kannst es für einen Monat kaufen zum Ausprobieren. Also du kannst es quasi um 9 Euro ausprobieren, wenn du es nur für einen Monat kaufen möchtest. Und dann eben mit den jährlichen Plänen, wenn es dir wirklich gut gefällt, kannst du da eben noch Geld sparen. Genau, also Link zu dem Tool, Link zu den Preisen und vielleicht zu einem Rabatt unter dem Video. Ansonsten, wenn du weitere Fragen hast oder wenn du ArtSmart selber nutzt und auch darüber berichten kannst, schreib doch bitte gerne einen Kommentar, das würde mich wirklich freuen. Wenn ich dir mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen konnte, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank dafür und ich hoffe sehr, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao! WDR mediagroup GmbH im Auftrag von Funk WDR mediagroup GmbH im Auftrag von Funk Bis zum nächsten Mal.